1, 2, 3 Moin Moin! Wir sind die Gärtnerei Aquista Parze aus Westerstede. Und wir bedanken uns für die Nominierung zur Cold Water Challenge bei der Firma Rieke Blum aus Recke und wollen hiermit unseren Beitrag leisten, denn das Grillfest spendieren wir euch nicht. Jetzt kann es losgehen. Wasser Marsch! Wasser Marsch! Wasser Marsch! Wasser Marsch! Wasser Marsch! Wasser Marsch! Das war unser Beitrag zur Cold Water Challenge 2014, wir hoffen es hat euch gefallen. Wir nominieren Gartenbau Freese aus Großeveen, Hermann Meier aus Westerstede und Gönnerei Alenhof.